Irgendwie 11 Stunden oder so geschlafen, aber ich versuche mir dann noch aufstehen. Manchmal bin ich, ich bin mehr, äh, wacher, wenn ich aufstehe beim Schulmorgen, obwohl ich nur 5 Stunden geschlafen habe. Ich habe von Donnerstag auf Freitag, habe ich nach Dienst direkt gepennt. Von 16.30 Uhr bis nächsten Morgen, Freitag, 6.30 Uhr, ne? Ja, das ist krass. Mega! Ich bin gestern, ich dachte mir, ich muss ja richtig wach bleiben den ganzen Tag. Ich bin gestern um 23.30 Uhr ins Bett gegangen, weil ich müde war. Und habe von 23.30 Uhr bis 11 Uhr gepennt. Hä? Ich verstehe es nicht. Ja, ich verstehe es auch nicht manchmal. Und dann lag ich im Bett und dachte mir, oh, ich müsste eigentlich aufstehen, aber ich habe keinen Bock. Dann lag ich, glaube ich, noch eine Stunde einfach so wach drin. Was ist mitbekommen? Alpha-Server. Die haben schon wieder irgendwas ändern, die da. Schon wieder. Auch nicht. Irgendwas, irgendwelche Skins und so werden da geändert, das haben sie da geschrieben. Wir haben irgendwas mit dem Overflux gemacht, weil der Overflux ist komisch. Ich bin jetzt auf dem Alpha-Server, ne? Was? Nein. Ach, ich habe nur gerade das fucking Level geschafft. What the fuck. So, chillig. Ich bin's left 400 jetzt? Äh, was? Ne, ne, ich habe geometriisch leveled. Ich habe gerade die ganze Geometriisch gezockt. Oh, Gott. Ah, komisch, ey. Ich habe 11.000 Versuche bei dem Level. Yo, okay, sorry, digga.